Hallöchen, da bin ich wieder, Conny von Panico Centurio. Die Aufnahme ist ja gerade eben etwas abgebrochen, beziehungsweise sie ist nicht abgebrochen in der letzten Folge. Sie ist einfach nur rausgetappt. Also irgendwie bin ich aus dem Spiel getappt geworden und im Hintergrund ist das noch da gewesen, ich hab keine Ahnung. Aber wir machen jetzt einfach mal weiter. Sieh mal, eine Karte der Höhlen. Das seh ich mir selbst an. Du bleibst hier. Oh, Merz, Leon. Okay. Die Krypto-Untersuchungen. Und ich schätze mal, dass Leon wahrscheinlich vor mir dort sein wird. Ach, hier ist das Marie. Letztlich. Was ist denn hier los? Wie viele kämpfen denn für mich? Hab ich irgendwas verpasst? Hab ich eine Gilde gegründet? Von der ich nichts weiß. Ganz alleine steht jemand. Okay, ich werde schon mal gesehen. Irgendwo von rechts. Ähm. Okay. So, in dieser Gruppe, da waren wir ja schon. Und zwar ganz am Anfang. Machen wir mal unsere Le... Oh, nein! Okay, was mach ich denn hier grad? Wie? Was? Alle tot? Wie, 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 wie hab ich denn das gemacht? Alter. Komm, ich heil mich mal. Ich töte mal als erstes den da. Ich töte die mal gerade. Da passiert gerade was. Oh. Oh. Okay. Okay. Warum genau? Warum genau ist da ein Geist? Hab ich irgendwas verpasst? Nicht an einen Kampf verwickeln lassen. Nein! Nein, 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 nein. Nein! Ich wollte doch da hoch. Ja, der sieht mich. Ach, ich muss sowieso da runter. Das ist Fakt. Hm, ich will dann jetzt hier hoch, oder? ich nehme die meinte ich glaube dass nicht in den Kampf geraten welche schleichen das hier da hinten ist noch ein chef medizin wo muss ich denn hingehen verdammt hier sind zwei grüne okay irgendwie ich habe gerade keine ahnung der lümmel ich glaube ich muss hier die alle töten ich weiß nicht so richtig was ich machen soll ja komm und mama ja die bombe grad so die man auf jeden fall nennen weil du mich nicht sagt nicht plünder plündere ich den grad nochmal so jetzt aber mal ernst ich weiß jetzt immer noch nicht so richtig ich soll einfach nur da runter oder was sagen sag mal konnte ich mit denen reden nur ich sehe die diese dinger diese geister so das rät rätsel lösen hast mir gar kein rätsel gesagt alter das rätsel ich muss einfach alle hier mit muss ich einfach nur hier alle mit alle kohlebecken an machen oder mit einem bestimmten reihenfolge so ich so 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 Vielen Dank. Okay, ne, ne, ich verstehe. Ne, das verstehe ich jetzt nicht. Das ist eine gute Frage. Muss ich vielleicht als erstes, gibt es hier einen Checkpoint, wenn ich als erstes hier vorne die mache und dann nachher hinten die? Also ich habe ja den hier noch nicht probiert, dieses. Das müsste jetzt eigentlich funktionieren. Weil wenn nicht, dann müsste ich nämlich als erstes eine von denen... ...hinteren machen. Wird also als erstes der da. So, dann gehen wir mal gerade auf die andere Seite. Das könnte ich mir gut vorstellen, dass dieser hier ist. Oder da kommt als letztes. Ah, richtig. Hinweis, im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Ist das vielleicht die Kreuzigung? Links, rechts? Hier gibt es keine... Hier gibt es keine... Schatz, guck mal her. Hier gibt es keine... Das ist ein Rätsel. Da hinten das als erstes und dann da, da. Und als nächster Hinweis, im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Wie jetzt? Im Namen des Vaters und des Sohnes. Wo hat es angefangen? Dort hinten. Wo? Dort, wo es brennt. Dann dieses. Vielleicht ist es das an der Decke. Nein, nein. Nein, es ist rechts. Fängt man rechts an oder was? Das war jetzt das zweite, ne? Probierst du mal mit dir. Aber weiter oben da, ne? Oder ist da nur ein Rand ins? Problem mal. Ja, ist da hinten dran ins? Ja. Aber das ist richtig. Oh Gott. Und jetzt? Wahrscheinlich gegenüber. Genau, das gehe über. Das wurde schon nicht so schwer. Geht da noch weiter, ne? Das ist wahrscheinlich auch oben das an der Decke, das Kreuz. Kann ich mir mal gut vorstellen. Ist das richtig? Ja. Jetzt tut sich irgendwas. Oh. Ach, das war's schon. Gut. Äh, dann in den anderen Raum schleichen. Das heißt, wir müssen wieder nach oben. Wir drängen dann mal gerade unsere... Hier, wie heißt die? Lampe. Äh, für die Leute, die es jetzt nicht verstanden haben, was wir hier gemacht haben, das ist eigentlich ganz einfach. Und zwar, wenn man im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes, kreuzigt man sich ja normalerweise in der Kirche. Für die Leute, die Christen sind, wohlgemerkt. Und in die Kirche gehen. Das ist natürlich nur Voraussetzung, dass man Christ ist. Das ist dein Ende, Zeiten. Ist der Teufel. Warum? Das ist dein Ende. Ach, komm. Leben, denn kommst du nicht. Ich seh nix. Ich kann nix machen. Wer bin ich denn? Ne, den wollte ich eigentlich nicht. Ich will eigentlich nur den Anführer. Ja, die sind so schwach hier, die... Oh. Der hat mich fast gewonnen, hätte ich. Das ist echt übel. Der hat mich echt fast gewonnen, hätte ich. Eine Brille. So, dann gehen wir mal in den anderen Raum. Und dort ist dann der letzte, oder wie? Warum kämpfen die noch? Keine Ahnung. Ihon, keine Ahnung. So, Kollege, gibst du mir diesmal einen Tipp? Wöp, was macht denn der da? Geschafft. Wöp, geschafft. Das Rätsel lösen. Die Geheimnisvolle Leuchttinde kann mit jeder Lichtquelle aufgeladen werden. Benutzen Sie die Laternen, um versteckte Botschaften, Karten und Hinweise aufzudecken. Wöööööös? Das ist ein Ritter da hinten. Ich habe keine Ahnung, was ich mache. Es war auf jeden Fall falsch. Mal gerade gucken. Womit starte ich dann? Starten wir vielleicht hier mit? Und dann damit? Und dann damit? Das war falsch scheinbar. Dann müsste das doch eigentlich hier sein, weil vorhin ist das ja auch angeblieben. Dann hier. Dass der so losrennt. Als erstes steigt er wie er das Pferd auf. Dann rennt er los. Und dann so. Nee, ist falsch. Die Symbole selber helfen mir wahrscheinlich nicht. Also ich hätte ja gesagt, wir fangen hier an. Nee, das wird falsch sein wahrscheinlich. Nee, das wird falsch sein wahrscheinlich. Ja, das ist falsch. Also die Symbole da oben, die zeigen mir nichts an. Also helfen mir nicht. Und das mit dem Pferdchen hier, das ist ja noch nicht so richtig. Mache ich mal da an. Mache ich hier an. Oder auch nicht. Mache ich da? Das wird wahrscheinlich falsch sein. Das sage ich ja. Das ist echt ein Witzig, oder? Das ist echt ein Witzig. Ich habe keine Ahnung, warum das jetzt richtig ist. Ich habe keine Ahnung. Ich hätte ja gedacht, das ist so ein Angriffsding von dem Ritter da. Also von dem Pferdchen auf dem Pferd. Also der Ritter auf dem Pferd. Der Berittene. Der Berittene. Jump! Sprünge rüber, du Stück Scheiß, Alter. Echt jetzt? Los. Was ist passiert? Toll. Ich wollte eigentlich nicht ins Wasser. Oh. Mir komme ich hier runter. Ah, ich weiß wo. Ich weiß wo. So, gehen wir hier mal runter. Letzte Rätsel. Luftattentat. Habe ich nicht gemacht, ne? Habe ich nicht gemacht. So, letzte Rätsel, Mädels. Verzähl mal. Was ist das Rätsel? Gib mir einen Tipp. Na bitte. Um die luminisierende Tinte aufzuladen, wenn sie leuchten sie im Dunkeln. Gibt es hier auch einen Hinweis? Oder da hast gekreitzt, dort kreitzt, da hast dick gekreitzt. Ich habe keine Ahnung. Ich habe hier keine Ahnung, was ich mache. Ich mache einfach. Also bisher hat es noch nicht ge-tschüsst. 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 Ähm, mein Kohlbeck ist noch noch an. Ob ich was falsch gemacht? Moment mal. Moment mal. Ich glaube, ich habe eine Vorahnung. Und zwar ist das jetzt hier wieder Jump'n'Run. Okay, okay, okay. Das wird wahrscheinlich eine Leiter sein. Dann wird der als nächstes eins höher gemacht. So, der da als erstes. Dann der da. Der da als letztes. Dann mache ich den hier noch hoch. So, als ob der da mitgeht. Und dann nimmt man sich den da mindestens noch einmal. Ich glaube, müsste aber zweimal sein. Und nochmal. Boom. Da geht jetzt auch das Licht an. Hey, hey. Ah, ich bin so gut, ey. Der Geist. Das gibt ihn. Das gibt ihn. Das gibt ihn. Ah, ja, klar. Gibt's ihn. Ach, jetzt muss ich da wieder hoch, ne? Ähm. Gerade noch so eine kleine Frage. Wie komme ich da hoch wieder? Ah, okay. Nur ein Gläubiger kann das machen. Bin ich jetzt eigentlich gläubig, wenn ich das Rätsel, wenn ich die Rätsel hier löse? Oh, ich bin so gläubig. Will ich noch höher? Ja, ne? Ja.